Um sich einen Kontoauszug in der Kontoverwaltung zu erstellen, klicken Sie zunächst auf den Reiter Performance und Berichte und dann auf Kontoauszüge. Klicken Sie nun neben dem Punkt Aktivität auf den weißen Pfeil und wählen den gewünschten Zeitraum aus. Das Format kann in einer Online-HTML-Ansicht, einem Download als HTML, einer PDF oder einer CSV-Datei gewählt werden. Ich wähle nun die HTML-Ansicht Online aus und klicke auf den Button Starten. Der Kontoauszug wird nun erzeugt und Sie können sich Ihre unterschiedlichen Positionen auf diesem anschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017